Naja die sind jetzt nicht so schwer Wirdkatz möchtest du öffnen die verraten dir nichts neues dann bringe ich nur wohin du schon warst ja aber anscheinend war ich da noch nicht noch mal zwei lebensfrüchte das sieht aus wie ein bosskampf und zwar ein richtig ekliger also ich könnte wetten hier wird ein bosskampf passieren so wenn ich das hier aktiviert habe ja sie ist weg ich möchte mich kurz hier umgucken sieht aus wie eine religion haben einen nicht verstellen also ich glaube nicht dass sie aus einem klotz rausgekommen ist sie haben sie einfach gefangen was ist unschön der riesengroße haufen schädel der da auf einmal aufgetaucht ist die döden göbbe sind voll ich bin froh dass die so aua so langsam sind aber ich bin ja in dem ganzen haufen genauso langsam dass wir die ganze kacke ja freiräumen da gab es noch einen anderen hebel achso der ist zum hochfahren wahrscheinlich jetzt scheint es zu einem bosskampf zu kommen bekämpfe wenn ich das hier unten sehe das mittlere ist der dingsboss der belagerungs in energy solle nicht der belagerung sondern der gartenwächter rechts daneben ist ein penis dann ein fett ärschlicher hase und ein bubbel links daneben ist note ein totenkopf und wie ist das pokémon das aus drei bellen und magneton das andere p wird hier fallen wir jetzt gleich runter das ist eine kampf arena wir müssen alle okay hier wirst du geheilt oder deine heilung wird aufgefüllt der hier ist so ein ganz normaler moblin das sind die echsen das sind die feen skelette und die priester wir fangen mit den feen an nein wir gucken uns erstmal weiter um wollen vielleicht einfach rausgehen nö ja choose your poison und wir müssen jedes poison chooseen die 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 also es sind nicht nur feen es sind sogar böse fehlen und die machen richtig derbe damage wo ist die erste wo ist die erste wo ist die erste mg damit der magie herr mit der magie meine magie so skelette sind die mit schild oder ohne schild da sind mehr als drei habe ich auch schon mitgekriegt auf geht's habe ich lust nein das wäre die schrotflinte nicht schlecht wenn dann alle da sind und die bomben alter wieviel kommen denn da noch das letzte ok erster zauberschaft zweiter bomben und dings schrotflinte bleiben die wenigsten zweck oder muss ich jedes mal neu machen ich muss jedes mal neu machen so ihr geht ja ja ihr geht ja wenn man den fokus behalten würde es gibt nichts schlimmeres in diesem spiel als das fokus verlieren so nummer eins als nächstes wollen wir hier die sportlich schlanke pumpkin und bomben bei dir so viele schon mal damagen wie es geht kann man ja schön machen wirklich mal was trinken so jetzt trinken Und ran auf den Meter. So, auch weg. Oh ja. Also ich sage ehrlich. Es geht selbst mit allem, was wir gekriegt haben, ist das echt schwer. So. Das sind die mit Feuer und... Dings. Also das bloß die Kandelaber-Typen und nicht die Magie hiermit. Hier sind die Echsen. Echsen wären bestimmt schlimm. Boah, was? Ja, klar. Was noch? Hier ist der Marsch. Das ist mehr als die krasse Lightshow. Alter, wollen die einen rollen oder was? Also das geht, das geht. Die hier sind bösartig. Wir gucken uns die mal an. Was haben wir zu verlieren? Nichts. Zwei. Drei. Ach, die kommen nach Zeit. Dann lasst sie kommen. Die hier sind die KCB-DF. Als das, was die KCB-DF. Die KCB-DF. Dann lasst sie kommen. Ich bin bis zum nächsten Mal. ok die die sind auch easy ich will mir das mit der anderen angucken ja die sind auch schon wieder am gott rennen die random rum mein finger wird noch langsam bisschen feucht so das war's gut dann trink 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 meint Sachse trink weee was bin ich denn an von Mosh Pit reingeraten so die großen muss ich am ende machen du wolltest nicht anders wo jetzt auch versuchen mich zu umrunden und gerade noch wegschubst doll wie viel geld haben wir eigentlich also wir müssen uns den die leiche jedes mal wiederholen wie machen wir euch wie machen wir euch wie machen wir euch die dings sind sind es ja nicht wenn wir irgendwas für meiner regeneration hätten also dass es sich langsam wieder aufgefüllt wäre cool haben wir aber nicht es ist einmal eingesetzt und danach ist es am Arsch ganz ehrlich den boss will ich mir noch nicht angucken ich will erstmal die ads mir angucken die ich eh nicht schaffe was bringt mir es jetzt den boss mir anzugucken der mich höchst bescheid nicht two shottet weil wir wieder komplett am anfang stehen und selbst wenn ich ihn nicht schaffe müsste ich ihn dann jedes mal machen wenn ich es nicht schaffe die ads zu killen ich muss ja erstmal den sauhaufen hier platt kriegen ich muss ja erstmal den sauhaufen hier platt kriegen so nächster also die tack stimmt das so jetzt die müssen wir dürfen weniger schaden wir müssen weniger schaden nehmen so 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 Ab jetzt muss ich laufen. So, das war der letzte. Gut, dann Duo. Komm. Sie werden nicht gestickert, wenn ich den Schild benutze. Nein, damit werden sie auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich gegen die ankommen soll. Ich weiß nicht, wie ich die ankommen soll. Ich weiß nicht, wie ich die ankommen soll. Ich weiß nicht, wie ich die ankommen soll. Vielen Dank.